Einen wunderschönen guten Tag, Mittagabend, wie auch immer, das ist eigentlich vollkommen egal. Heute habe ich es endlich geschafft, wieder einen Interviewpartner zu bekommen. Und natürlich, geil ist es noch chronologisch, ja. Also nach Toffs ist das Interview auch wieder cool für die Geschichte. Und der eine oder andere weiß, ich liebe Geschichte. Ich merke schon gerade wieder, wenn ich an Schule denke und Geschichte, das war einfach mein Thema. Aber auch dieses Thema Halo ist auch für mich perfekt. Und daher möchte ich heute wieder ein Zeitzeugen oder auch Gründungsmitglied. Wer weiß, erfahren wir heute nämlich zu Halo Dach, beziehungsweise auch zu B-Spots früher. Also einer, der aktiv das erlebt hat, was der Toffs erlebt hat, nur auf der anderen Perspektive. Mal gucken, in eine Rolle. Aber dieser junge Mann darf sich selber vorstellen, nämlich der Denizzi. Denizzi? Sorry, ich bin alt, weil sich deinen Namen falsch ausgesprochen hat. Einen wunderschönen guten Abend. Hi, was geht? Nee, hast du richtig ausgesprochen. Echt, aber schau dich gerade so. Ja. Ich habe schon bei der Toffs Angst gehabt, dass ich den Namen falsch sage. Ja. Kurze Info weg, bevor der Denizzi sich vorstellt. Das ist jetzt ganz wichtig. Wir machen das heute ohne Cam. Für die Leute, die das jetzt hier zum ersten Mal oder zum zweiten Mal jetzt sehen. Ich zwinge niemanden, dieses Interview mitzuführen. Das ist ganz für mich wichtig. Mein Gast soll sich wohlfühlen. Deswegen haben wir gesagt, bei Denizzi ohne Cam. Ich finde es super, dass du es mit Stimme machst, damit man halt von dir was erfahren kann. Natürlich, Social Media wird eingeblendet. Ich meine, du machst ja auch Content. Und daher, Props an dich. Auf jeden Fall besucht ihn. Das ist ganz wichtig. Ich sage immer, gute Leute sollte man besuchen. Also weg von mir, rüber zu ihm. Ich weiß nicht, was ihr hier sucht. Aber zu Halo Dach nochmal zu rekapitulieren. Ich möchte gerne eine Interview-Reihe hier führen von Leuten, die Halo Dach miterleben oder erlebt haben. Je nachdem. Von Gründung bis Stand jetzt und was für eine Rolle die haben, wie sie sich sehen. Und für mich persönlich ganz wichtig immer noch. Ich möchte, dass Halo hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum besser gesagt bekannt wird. Sagen wir mal, eine kleine Gruppe gibt oder einen Raum gibt, wo man sich kurz schließen kann. Weil man sieht den englischsprachigen Raum, da funktioniert das. Es klappt irgendwie gefühlt überall. England, Amerika, Australien, weiß der Geier, was. In Deutschland oder im deutschsprachigen Raum sind wir irgendwie verteilt. Und es gibt es, aber wir haben keinen Raum. Daher möchte ich das hier ein bisschen bündeln und hoffen, dass der YouTube-Filter mich lässt. Und Digger, bring mal Halo Dach. groß. So, das war's. Jetzt zu dir. Wer bist du? Wie alt bist du? Seit wann machst du Videos? Warum? Oder beziehungsweise, ähm, erzähl mal von dir so mit Halo so ein bisschen. Und wie das vielleicht dazu kam, können wir ja auch direkt mit der ersten Frage zusammenverknüpfen. Finde ich immer so gut. Erzähl mal. Äh, yo, ich bin Denizy EU. Äh, ich bin 24. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, seit wann ich Videos mache. Ich würd mal sagen, man kann's nachgucken. Ich hab jetzt irgendwas um die 90 Videos oder so. Äh, ich glaub, ich weiß es wirklich nicht. Irgendwo Mitte Halo 5 2017. Ah, okay. 2018 irgendwie. Es hat, äh, relativ organisch so angefangen. Ich hab irgendwie, ähm, äh, ursprünglich mal gab's irgendwie so ein, so ein Contest, wo man irgendwie einen Zusammenschnitt von Skilljumps machen musste. Okay. Und wer den als schnellstes hochlädt irgendwie, kriegt, keine Ahnung, 75 Dollar oder irgendwie sowas. Geil. Das ist geil. Und da hat, genau, da hab ich den mal mitgemacht, äh, hab den dann auch gewonnen. Mhm. Und hab's halt einfach spaßeshalber auf YouTube hochgeladen. Mhm. Und irgendwann ist mir so aufgefallen, ja, macht eigentlich sogar Bock. Und dann hat's einfach angefangen. Dann hab ich so zwischendurch immer mal ein Video gemacht. Ja. Das, das klingt jetzt, äh, das klingt wirklich sehr gut. Sorry, ich bin noch ein bisschen vielleicht erkältet, beziehungsweise ich bin eigentlich drüber, aber es kann sein, dass noch so Reste husten kommen. Äh, so nenn ich das immer gerne. Ähm, sorry, falls da so dazwischen kommt. Aber, ähm, gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du 24 bist. Ähm, ja. Das sagen die meisten. Ja, weil, wenn ich das jetzt so mit Tophs vergleiche, wegen seiner Background-Story, äh, deswegen hätte ich jetzt nicht, ich hätte jetzt gedacht, du bist im gleichen Schlag wie Tophs, aber cool. Ähm. Älter sogar. Äh, nee, nee, wirklich so im gleichen Schlag, so in seinem Alter, so, vielleicht so 28, 27, so hab ich jetzt so gedacht. Also in der Richtung, dass du es bist, nicht älter als er. Um Gottes Willen, ich bin ja immer noch der Opa hier. Ich glaub, ich bin der Älteste wirklich noch. Ich muss noch mal Tones fragen, wie alt der ist. Äh, ja, Toph, ja, diese, ach, die sind alle steinalt. Ja, du, ich werd 37 dieses Jahr, also, ähm, ja. Das ist kein Alter. Alles, danke schön. Auf jeden Fall, äh, cool zu wissen, aber, ähm, da können wir jetzt ja direkt dann verknüpfen, wie kamst du zu Halo, also im Prinzip wirklich, ähm, was war dein erstes Game? Erzähl mal, so, wann hat's angefangen? Ähm, also so ganz, wenn ich, so den ersten Halo-Kontakt auch, oder wie? Ja, also soweit du dich zurückändern kannst, wir wollen jetzt nicht akkurat genau sein, einfach rekapitulieren, so, ach, mein erstes Halo, weiß ich nicht, war mit 5, genau. Ja. Boah, es ist, nee, es ist nicht so, soweit geht's bei mir gar nicht zurück. Ich hab nicht als Kind oder so angefangen. Okay. Ich hab, äh, mit 15, nee, mit 14, mit 14 war ich mit meinen Eltern im Urlaub, oder irgendwie bei Bekannten, da hatten wir so eine Ferienwohnung, und warum auch immer stand in der Ferienwohnung stand eine Xbox, so die allererste Xbox halt, und da waren Spiele bei, und ich war so, wie man halt mit 14 ist, ich hab halt Ego-Shooter geil gefunden, und da war halt Halo 1 dabei, Halo CE, und steinigt mich dafür. Ich wusste nicht, was Halo ist, keine Ahnung. Ja, ist ja nicht schlimm. Also, 2014 war das. Ja, weiß ich nicht. Ja, aber wenn du keine Berührungspunkte hattest mit Halo, dann ist das ja nicht schlimm. Also, ne, um Gottes Willen. Ja, war ein Nintendo-Kid irgendwie. Ja, und, äh, das hab ich halt gespielt, und ich, ich hab die erste Mission gespielt, ich weiß noch, wie es sich angefühlt hat, ich war direkt hooked, ich fand's direkt geil. Ich fühl das, ja. Äh, ich glaube, vielleicht war es auch irgendwie, es war auf jeden Fall, man könnte's nachgucken, es war zu Halo 5 Beta-Zeit. Und ich hab dann direkt an dem Tag noch auf dem Handy geguckt, so, äh, was ist Halo so? Hab auf YouTube dann die Halo 5 Beta gesehen, und mag einige überraschen, aber die Halo 5 Beta hat mich so insane abgeholt, als ich es mir angeguckt hab. Das, das war doch Silvester, oder nicht? War das nicht so Silvester rum, dass die Beta lief? Also, ich kann mich nämlich dran erinnern, ich glaub, das Video hab ich noch, das musste so Silvester in den rum gewesen sein. Das Geilste war, ich hab's, ähm, an, an dem 31. gezockt und hochgeladen. Oder vielleicht einen Tag vorher, ich weiß es nicht mehr, so im Zeitraum. Auf jeden Fall hat das Video so geknallt, das ging irgendwie 400, 500, 600, äh, Aufrufe. Und da es so schnell gegangen ist, jetzt halte ich fest, da es so schnell gegangen ist, hat mich YouTube, äh, aufruftechnisch, ähm, ja, runtergesenkt. Also, es war wieder auf Null, und dann ging's langsamer. Und sonst, ich dachte mir, ey, YouTube, Alter, weil ich sonst nie so abkassiere und einmal so mache und es funktioniert, ich hab wirklich keine Bots, nix, ich kenn mich damit gar nicht aus. Ich hab einfach, vielleicht hatte ich Glück in dem Moment, ne? Ja, und dann auf einmal, wüpp, runtergesperrt, weißt du, geil, irgendwas war, ich musste nochmal reuploaden und dann, ähm, ja, funktioniert es natürlich nicht mehr. Ich hab gesagt, Alter, jetzt, ne? Also, ganz ehrlich. Ja, das ist ja assi, okay. Ja, meine YouTube-Geschichten sind ganz wild, aber können wir gerne ein anderes Thema mal machen. Äh, nächstes Interview, Alpha Chief, Interview, Alpha Chief. Ja, bitte nicht, bitte, 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 mich nie interviewen, äh, es bringt eh nix. Der Opa erzählt da was von Paulanagarten, erst mal. Äh, nee, Quatsch, nein, wer mich interviewen will, der kann's machen, ich bin für jeden Scheiß, äh, zu haben. Äh, aber du hast also mit Halo 1 begonnen, das ist natürlich geil, dann hast du ja natürlich direkt erster Level, Pillar of Autumn, ähm, ich kann mir vorstellen, dein Sound und sonstiges, dieses Feeling, äh, das fühl ich, das fühl ich, also, kann mich da gut hineinversetzen. Und dass du's halt so, und trotz, dass du's so spät gemacht hast, ne? Also muss man jetzt in Anführungsstrichen sagen. Ich kann's halt nicht, ne? Ja, ist ja auch, Gott, das ist ja auch deinem Alter geschuldet und sonstiges, ich meine, wenn du 14, 15 warst, hallo, ähm, da war es ja schon gefühlt zehn Jahre schon auf dem, auf dem Markt. Ähm, aber jetzt, wo du Halo 1 damals gezockt hast, kann ich ja direkter fragen, äh, was macht, was, was, was macht dich das, oder was ist so besonders für dich, Halo, also, im Gegensatz zu anderen Shooter, weil ich denke jetzt mal, bevor du Halo gezockt hast, hast du wahrscheinlich schon mal das eine oder andere Shooter mal gezockt. Wahrscheinlich auch danach, nehm ich mal an. Ja. Gut, wenn du sagst, Nintendo Kind, wird wahrscheinlich schwierig sein, aber, äh. Ja, es gab schon, es gab schon Shooter auf Nintendo, aber die waren nicht so geil. Ich weiß, ich weiß, aber, ähm, zumindest wenn du das jetzt, oder vielleicht vergleichst mit danach, was du gezockt hast, also, ich nehme an, dass du auch Situationen hattest, wo du sagtest, Halo ist cool, dann spielst du Shooter XY, du kehrst aber immer wieder zu Halo zurück. Also, es muss ja was geben, was für dich Halo besonders macht. Ähm, also, ich glaube, es ist vielleicht jetzt ein bisschen verloren gegangen, aber einfach dieses Halo-Universum oder dieses Gefühl, was man hat bei Halo, dass es so ein exklusives Ding ist, also, es gibt kein Spiel, was irgendwie ähnlich ist, ähm, und, ich glaub, so, der, der Key-Factor ist für mich halt, ich, ich steh halt sehr so auf Competitive Games, ähm, und ich find halt, bei Halo ist es ja so, man startet, jeder startet mit der gleichen Waffe, und niemand hat einen Vorteil, also, man spielt auf irgendwie, man spielt auf eine Power-Waffe, man spielt für, für Nades, man spielt für, keine Ahnung, für ein Overshield oder sowas. Ja, gut, klar. Das heißt, jeder startet mit dem gleichen, und muss sich einen Vorteil erspielen, das heißt, es geht allein um den Skill, es geht um nichts anderes. Und, also, gut, wenn man jetzt mal die Connection auch da rauslässt, ähm, das hast du halt bei anderen Spielen einfach nicht. Das hast du bei einem COD hast du's nicht, wenn du da Geld bezahlst, oder wenn du mehr Spielzeit hast. Mhm. Keine Ahnung, jemand, der jetzt nur am Wochenende mal ein paar Stunden spielt, der schmeißt Halo an, und da verliert man nicht gegen Leute, die, keine Ahnung, mehr Spielzeit haben oder sowas, weil man halt irgendwie weniger Spielzeit hat, sondern weil man halt einfach, ne, das ist, ich weiß nicht, dieses, dass man halt einfach, dass es, dass man so gleiche Chancen hat, würde ich sagen. Hast du, hast du, hast du wirklich gut gesagt, finde ich, wirklich ganz, ganz gut, ähm, wirklich eine gute Beschreibung, wenn ich das wirklich vergleiche mit COD, Medal of Honor oder was so früher alles gab. Ja. Dass du, dass du, ähm, ja, irgendwann mit, mit deiner Lieblingswaffe starten kannst, ich mein, klar, gehört dazu, zu den anderen Sachen natürlich Skills dazu, aber du kannst, wenn du relativ früh reinkommst und einer hat schon Waffe XY freigeschaltet, der rasiert sich erstmal zu Tode, ähm, ist natürlich bei Halo, hast du recht, nicht anders, weil da, 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 da geht's erstmal um Skill. Und, äh, ja, äh, gut, gut gesagt, wenn du sagst, du magst, du magst, du magst eher eh die, die, die Online, den Online-Part, dann kann ich das voll und ganz nachlesen. Nicht nur. Ja, nicht nur, ist ja klar, aber du favorisierst das ja gerne, sag ich jetzt mal salopp. Äh, boah, würde ich gar nicht mal sagen. Oh, okay. Also schon, klar, klar verbringe ich da viel mehr Zeit mit so, ähm, aber ich spiele trotzdem, gut, Halo Infinite-Kampagne habe ich jetzt nicht gespielt oder nur ein Stündchen irgendwie, aber die anderen Kampagnen alle, ich hab mir, als ich mir Halo 5 geholt habe oder geschenkt bekommen hab, gleichzeitig auch MCC geholt. Geil. Also Master Chief Collection und alle Kampagnen durchgespielt. Schön. Und das war auch das, was mich gehuckt hat bei Halo. Also es war nicht direkt der Multiplayer, der mich abgeholt hat, sondern die Kampagnen, die mich abgeholt haben. Fühlig, das war bei mir nicht anders. Gut, äh, ich muss auch dazu sagen, als ich Halo angefangen hab, gab's kein Internet, auf gut Deutsch. Ist übertrieben gesagt, es gab nicht so Internet, wie man's heute noch kennt, ne? Also, äh, da hatte man nur Kampagne gezockt. Und, ähm, ich mochte auch die Story dahinter, ne? Also Halo 1, ich hab das, glaub ich, es ist, es wäre nicht gelogen, wenn ich sage, Minimum 30 Mal gezockt. Also das war weitaus mehr, kann ich dir jetzt schon sagen. Weil, ja. Immer mit nem Kumpel, Wochenende hat er bei mir gepennt und wir haben Halo gezockt. Immer wieder. Das hat uns einfach abgeholt. Keine Ahnung. Es ist halt einfach ein geiles Spiel. Muss man einfach sagen. Ähm, auch wo geiles Spiel, ne? Also, ich mein, das Besondere haben wir ja jetzt gerade. Ähm, was ist aber für dich das geilste Halo? Also, ich mein, das Beste, warum, dann noch zu wissen? Also, das, das interessiert mich immer, weil, ich sag's dir vorab, ich bin mal gespannt, was kommt. Leute in deiner Generation, nicht böse gemeint, sagen meistens, Halo 3. Weil, das ist ja so, wie der Wechsel ist, ne? Ja, das ist der Generationswechsel. Opa wie ich kenne Halo 1. Da war ich 13, 13, 12, 11, ich weiß nicht mehr. Ich bin scheiße, Madde. Ähm, und, ja, dann kam natürlich der Peak Halo 3. Ich mein, ich steh auch, ich sag auch dazu, Halo 3 ist geil. Aber da merkt man schon so Generationsunterschied. Was ist für dich, wie gesagt, bester Halo und warum? Also, ich glaub, jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß die Antwort. Das ist auf jeden Fall Halo 5. Nein, nicht Halo 3. Ich hab, ich hab vor einer Woche meine allerersten Halo 3 Rank Games jemals gespielt, vor einer Woche. Jemals? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, ja, jemals. Ich hab in meinem Leben, ich hab vielleicht, ich hab keine 10, keine 10 Rank Games. Alleine, nee, außer Halo 5 und Halo Infinite, hab ich nirgendwo Rank Games jemals in Halo gezockt, außer die 10 oder was Rank Games in Halo 3. Ach, krass. Okay. Also, ich bin ein kompletter Halo 5 Ultra. Mhm. Ähm, Halo Infinite find ich auch echt gut. Ja, ja. Aber ich bin kompletter Halo 5 Ultra. Ich hab da meine meiste Spielzeit. Ja, okay. Ähm, ja, weiß ich nicht. Kann ich noch ausführen oder kann ich auch so stehen lassen, aber Halo 5 auf jeden Fall mit Abstand. Okay, aber es liegt daran, mehr wegen Online oder Kampagnenpart? Ähm, mehr wegen Online, weil's auch mein Einstieg war, weil ich die Leute da kennengelernt hab, mit denen ich teilweise noch bis heute zocke. Also auch Nostalgie. Und weil das Spiel, das Spiel ist einfach perfekt, also ich könnte da stundenlang drüber reden. Nee, ist cool, das ist cool. Also Nostalgie-Bonus auf jeden Fall spielt natürlich immer bei so einer Frage die Rolle und das wünsch ich mir ja immer so gern. Ähm, ja. Weil, weil es gibt ja so der Peak, der Zeitpunkt, wo du sagst, ja, das ist mein Lieblings-Halo. Ähm, deswegen, ich fühl das. Also, ich will aber jetzt damit nicht sagen, dass jetzt Halo 5 bei mir auf der 1 steht oder sowas. Ich werd's nicht verraten, welches es ist, aber, ähm, gut. Du hast doch gerade schon gesagt, Halo 1, oder? Nee, nee, nee. Ich hab jetzt, ich kann's fühlen, hab ich gesagt, aber es ist nicht meine Nummer 1, ne? Also, es ist nicht meine Nummer 1, also meine Top-Nummer 1. Es ist bei mir ein bisschen schwieriger. Kann ich, irgendwann mal, vielleicht kann ich ja mal die Story erzählen. Ähm, aber wenn wir jetzt schon darüber reden. Du hast ja jetzt alles ja durch, ja? Du hast ja Halo 1 bis Halo Infinite in Anführungsstrichen durch, also Kampagne jetzt nicht, aber ist ja egal. Du hast immer noch mehr als Toss. Grüße, Habibi, ne? Das ist nicht gegen dich. Ähm, auf jeden Fall. Was ist für dich das Schlechteste? Ähm... Multiplayer-Kampagne, beides zusammen, nee, ist das scheißegal. Äh, Welt die Kuh. Ich bin mal gespannt. Welt die Kuh, nee. Ich, ähm... Ich hab vorher drüber nachgedacht. Ja. Ich, ich glaube, ich hab darauf keine definitive Antwort, weil ich, also ich bin immer so ein bisschen, also nicht, ich hate immer ganz gerne auf Halo 3, ähm, weil mich die Leute, glaube ich, einfach nerven, die immer sagen, jedes andere Halo ist scheiße, ist ja nur Halo 3, ist geil. Ähm, aber ich mag eigentlich alle Halos. Ich mag jedes Halo auf so einer eigenen Ebene. So, ich kann zum Beispiel verstehen, dass Leute Halo 4 nicht mögen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, wenn ich zu der Zeit damals gespielt hätte, ich hab gehört, da gab's keinen Rank-Modus oder irgendwie sowas, äh, würde ich's auch nicht, würde ich's, glaube ich, auch nicht mögen. Und weil's ja so ein bisschen Arcade-y war. Ähm, aber ich kann es nicht sagen. Ich, ich find, ich find, jedes Game hat so seine Vor- und Nachteile. Das, das, das ist, das ist klar. Also, das ist klar, aber, ähm... Soll ich die vielleicht einmal, ich kann vielleicht einmal ganz kurz durchrattern, so, also Halo 1 finde ich, Halo 1, Nostalgie-Faktor, die Magnum, die Story, die AR, also das Sturmgewehr, ähm, Sturmgewehr, ne, ja. Ähm, einfach nice. Halo 2, ich lieb den Grafikstil, ich lieb, wie sich das Spiel anfühlt. Nur halt die Button-Kombos kann ich nicht. Aber sonst, geiles Spiel. Und es ist bei den anderen Games auch so. Ich hab bei jedem Spiel irgendwas, was ich, äh, richtig nice finde. Ob das bei Halo Reach, Halo 3, Halo 4 ist. Gibt mir genauso. Deswegen füll ich das. Ich war jetzt nur überrascht, äh, von, von dir zu hören, das, äh, also, du, also, um's klarzustellen, du sagst jetzt nicht, das ist das Schlechteste. So wie ich das jetzt raushöre, gibt's für dich kein schlechtes Halo? Ähm, ich hab's tatsächlich, ich hab versucht, ich hab versucht, das Schlechteste zu finden, aber... Ja, ja, ähm, ich... Alles gut, alles gut. Ich kann's, ich kann's verstehen. Ähm, vielleicht hätte ich auch die Frage vielleicht sagen können, womit hast du dich am wenigsten beschäftigt? Äh, mit Halo. Ah, ja, das ist eine gute Frage. Ne, vielleicht können wir das jetzt so abwandeln, weil ich will dich jetzt nicht zu einer Antwort zwingen. Also, wenn, wenn... Wandeln wir das jetzt mal um. Womit hast du am wenigsten dich beschäftigt damit, mit Halo? Ähm... Dann könnte man ja schon fast sagen, das ist ja für dich vielleicht das Schlechteste, Halo. Äh, weil einfach die Spielzeit weniger ist als alle anderen. Wahrscheinlich Halo... Oh mein Gott, ich hab Halo 2 Anniversary vergessen. Ähm, aber Halo 2 Klass... Zielt Halo 2 Klassik? Also, schon irgendwie. Ich hab Halo 2 Anniversary halt. Das find ich ein angenehmes Spiel irgendwie. Mhm. Ähm, wahrscheinlich Halo 2 Klassik. Ja gut, äh, tut sich ja nichts von den Beinen. Ist ja nur der Grafikstil. Ähm... Boah, schon. Ich find, das fühlt sich schon anders an. Ja? Sondern auf die BR, ja. Ja, gut, der Sound, wir haben den Sound immer dann geändert. Also, du kannst ja auch die Sound switchen, ne? Ähm... Ja, aber ich find, es fühlt sich auch anders an irgendwie. Das ist kein Thema, kein Thema. Wenn es dein Empfinden ist, um Gottes Willen. Ähm, okay, dann weiß ich da Bescheid. Also, da hast du, also du würdest sagen, mit dem Classic Air hast dich am wenigsten beschäftigt. Ähm, ist auch gut. Gut zu wissen. Ist auch mal was Schönes. Schön ist, äh, nicht immer die Standardantworten zu hören, sag ich jetzt mal. Ich seh vielleicht auch, äh, sorry, dass ich, das will ich noch kurz einwerfen. Ich seh mich vielleicht einfach nicht in der Position, da was zu sagen, weil ich... Alles gut. ...kein, keines dieser Spiele jemals in der Hochzeit gespielt habe. Kein Thema. Kein Multiplayer davon richtig, also deswegen. Kein Thema, um Gottes Willen. Ähm, deswegen find ich das auch mal angenehm, solche Antworten zu hören. Ich mein, ich will jetzt niemanden schlechtreden, der sagt, ja, ich find Halo 4 kacke, um Gottes Willen. Äh... Äh, ich schon. Ach, nein, Spaß. Äh, find ich halt, wie gesagt, nicht schlimm. Ähm, aber es ist überrascht. Es ist überrascht mich immer gerne, dann solche, solche Antworten zu hören. Aber gut, gut zu wissen. Ähm, jetzt, ich muss erst mal die Frage wieder dazu zurückrollen. Klar, ich muss noch mehr scrollen. Ähm, kommen wir aber jetzt mal zum Thema, wir wissen ja jetzt, okay, gut, schlechtes Halo, wie kam es zu Halo? Aber du hast ja irgendwann mal den Gedanke, Content zu machen, äh, auf YouTube oder wie auch immer. So, ähm, welches Ziel verfolgst du eigentlich mit, mit, mit Halo als Hauptcontent für deinen Channel? Ich mein, oder, ich mein, oder, was hast du verfolgt? Ich weiß jetzt nicht, wie aktiv du bist, deswegen solltest du selber davon berichten. Ich will dir ja nicht vorwegnehmen. Aber, ähm, du musst ja wohl irgendwann mal gedacht haben, hey, ich will Content machen auf YouTube oder wie auch immer. Und Halo, so, wie, so, Halo, oder hast du was Spezielles, so, erzähl mal. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so ein klares Ziel formulieren könnte. Es hat sich so ein bisschen gewandelt auf jeden Fall. Geil Thema. Ich hab anfangs, äh, anfangs hab ich's halt wirklich so aus Spaß hochgeladen. Äh, da hab ich dann wirklich auch nicht viel Arbeit reingesteckt. Ich hab irgendwie, weißt du, in Halo 5 hab ich so ein paar Core-Maps hochgeladen, ein paar. Dann hab ich mal so, immer, was mich gerade so interessiert hat, immer alle paar Wochen mal. Ähm, ähm, und, äh, Skilljumps, stimmt. In Halo 5 hab ich relativ viel so, oder hin und wieder mal Skilljump-Compilations, würd ich sagen, gemacht. Also mein Ziel war's immer, entweder eine Parkour-Map hochzuladen. Ja. Die Intention war, es hat einfach Spaß gemacht, das so zu machen. Da waren mir auch die Klicks egal. Mhm. Oder sind mir auch jetzt egal. Ähm, und sonst diese Skilljump-Zusammenschnitte, die ich auch so hin und wieder mal zu Maps mache, Mhm. Das hat eher so diesen Competitive-Hintergrund, oder auch soll so ein bisschen lehrreich-educational sein. Ah. Soll halt einfach, ähm, ich weiß nicht, ich feier's einfach, wenn man irgendwas, ich bin halt, keine Ahnung, wie mich die Leute jetzt kennen oder nicht, aber ich mach halt sehr viel mit so Skilljumps und sowas. Mhm. Ähm, die einem halt im besten Fall einen Vorteil im Spiel halt bringen. Mhm. Mhm. Das ist ja so ein großer Bestandteil in Halo. Ja, klar. Und da mach ich am liebsten, glaub ich, Videos drüber. Und auch jetzt halt. Okay. Das ist so. Also nicht die Unterhaltungsschiene, wie ich das jetzt so mache, sondern wirklich so mit, mit, mit Lernen, Lerneffekte, ähm, im Prinzip, dass Leute, die sich damit beschäftigen, wirklich auch gucken können, wie man Halo auch wirklich nutzen kann. Äh, das find ich cool. Also, ja. Anderer Weg, es ist auch ein sehr interessanter Weg, deswegen fand ich das auch sehr nice. Als ich von einem Bitcoin würde. Ich bin aber ehrlich gesagt auch grad noch so ein bisschen in der Findungsphase. Also, ich sag's dir ehrlich, das wird auch nie aufhören. Nein. Okay. Das wird nie aufhören, weil man sich ja selber dann irgendwann, schätze ich mal, dass das bei jedem so vorkommt, irgendwann der Punkt kommt, wo man sich verbessern möchte, vielleicht die Latte höher stellen möchte. So hab ich mich ja auch entwickelt. Ich mein, ich mach ja YouTube seit 2012 und ich bin immer noch kein Profi. Um Gottes Willen, ne. Ähm, und daher versuch ich mich ja auch in irgendeiner Form zu verbessern. Deswegen kann ich das verstehen. Äh, deswegen sag ich's dir auch, Selbstbildungsphase oder sonstiges Nebenform, das wird nie aufhören. Es ist aber schön irgendwann, wenn du vielleicht in die Vergangenheit guckst, wie weit du dich entwickelt hast. Und wie gesagt, ich find's cool, ähm, dass du dann sagst, du machst eher Tutorial, Learning, Maps, neue Maps kommen raus. Wahrscheinlich wirst du die Map dann ausschlachten und zeigen, wie die Funktion nuckelt. Genau. Und das find ich cool. Deswegen sag ich's ja. Ich find's, ich find nice, wenn man solche Ziele hat und das gerne in Videos verarbeitet. Da kann sogar ich, alter Typ, gerne was dazu Neues lernen. Ähm, deswegen, ich find's, ich find's nice. Toll. Noch mal ein kleiner Shoutout hier, ne. Also, abchecken. Definitiv. Abchecken seinen Kanal. Videos rauf und runter. Äh, wer was lernen möchte, perfekt. Äh, was auch natürlich, immer gerne. Was natürlich auch, äh, perfekt ist. Ähm, dein Background. Ja. Wir sind ja eigentlich da, jetzt haben wir viel von dir erfahren. Ähm, was ist mit Halo-Dach? Irgendwann mal, warst du ja da. Das ist ja nicht so, dass es einfach so gekommen ist. Erzähl mal die Story, wie kamst du zu Halo-Dach oder zum Ursprung? Boah. Du musst jetzt nicht, äh. Äh, schon ein bisschen her, ne. Ja, du musst jetzt nicht natürlich, ne, erzähl. Du musst jetzt natürlich nicht, äh, daraus eine Biografie machen. Aber vielleicht, ja, ich will dich jetzt nicht überfordern damit, um Gottes Willen. Ja, alles würde ich mal. Erzähl einfach mal, vielleicht, wir haben ja schon beim letzten Interview erfahren, es gab B-Sports, die wohnen zu Halo-Dach. Du trägst irgendwo da eine Rolle, weil dein Name ist ja gefallen bei Tops. Ja. Ja, ähm, also ursprünglich, ich weiß nicht genau, wann die Gründung war genau, aber, äh, zu der Zeit hab ich halt viel mit, ähm, Maritones halt gemacht. Mit dem hab ich auch im Team gespielt. Mhm. Ähm, in Halo 5. Ja. Und ich, ich will jetzt nicht falsch sagen, die Gründung war ja zwischen, es waren ja irgendwie, also, eine Rolle gespielt haben ja irgendwie Maritones, Gabi, ähm, Snooze, Tofts und, ich weiß nicht, ob da noch jemand dabei war, tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwen vergesse. Aber zu der Zeit so, hab ich viel mit Cedric halt, oder halt mit Maritones, äh, gespielt, competed. Mhm. Und auch, der hat viel gestreamt halt, ähm, da war ich einfach, ich war irgendwie immer dabei, halt als Community-Member irgendwie. Also, ich hab das so die ganze Zeit verfolgt. Ja. Ähm, und Content-Creator war ich jetzt nie wirklich, würd ich sagen, vielleicht erst seit kurzem so richtig. Mhm. Aber ich hab immer so, wir haben ja im Halo-Dach-Discord gibt's, äh, gibt's ja einen Content-Friends-Channel, also, jeder, der halt Videos macht, kann da einfach seine Videos irgendwie promoten. Genau. Äh, und, und da hab ich meine Videos zwischendurch mal reingehauen, äh, und dann würd ich sagen, war ich vielleicht inoffiziell schon so ein bisschen so ein Creator und, ja. Ähm, aber du, du hast ja aber die Story, sorry, ich muss, dass ich jetzt so gerade ein bisschen eingreife, ähm, du hast aber Beastboards mitgekriegt, nehm ich mal jetzt an. Ja, voll, okay. Und, warst du jetzt im Prinzip bei der Gründung dabei, als Gründungsmitglied oder auch, wie Toffs dich bezeichnen würde, als, als Zeitzeuge, wie Beastboards zu Halo-Dach wurde? Äh, also, hat man sich da mit, ähm, also, ich meine, warst du da irgendwo mit dabei, also, sprich, dass man mit dir über die Zukunft von Beastboards gesprochen hat, oder? Nee, 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 nee. Äh, nee, 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 nee. Weißt du, dass man so ein Bild kriegt, deswegen, ich versuche mich da geschichtlich hineinzuversetzen, so, wo du in dieser Konstrukt warst, sag ich jetzt mal. Nee, ist schon die richtige Formulierung, so, ähm, nee, also ich war kein Gründungsmitglied oder so. Ich war einfach, äh, ich war einfach dabei, ich war so Teil der Community, aber die, ich sag mal so, die hierarchischen Strukturen waren ja, äh, schon immer relativ flach so, in Beastboards oder Halo-Dach. Deswegen ist ja jetzt, das war jetzt nicht so ein, hier, ich bin der, keine Ahnung, ich bin der große Snooze. Nein, nein, das sollte nicht sein, für mich jetzt nur, nur geschichtlich, weißt du, nicht, nicht um falsch verständlich, nicht auf den Schlips treten oder irgendjemandem auf den Schlips treten. Nee, 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 das will ich ja gerade sagen, deswegen will ich ja gerade sagen, ähm, nee, ich war einfach Community-Mitglied, ich hab dann so mit Maritons viel gemacht, ähm. Ah, okay. So, die anderen Gründungsmitglieder kenn ich halt einfach oder kannte ich so, so einfach, haben es gut verstanden, ähm, und, ja, also ich war jetzt kein Gründungsmitglied, würde ich sagen. Okay, 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 also du hast es einfach nur mitbekommen, also ich meine, äh, vielleicht, um noch nochmal einzuordnen, ähm, wir wollen jetzt nicht die Bombe platzen lassen, aber wir haben, äh, schon, früher schon bei, ich glaube, bei Tops hatten wir auch, äh, viele Namen Maritons, ähm, bei seinem Status will ich nicht jetzt hier verraten, ich meine, man muss ja irgendwo einen Spannungsbogen aufbauen, ich kenne das deswegen ein bisschen, aber ich kenne ja nicht alle Details, deswegen freue ich mich auch immer auf diese Interviews, ähm, du bist einfach dicke mit Maritons. Ist einfach ein geiler Typ. So, und, ähm, um dich jetzt einzuordnen, weil wir hatten vor unserem Interview schon, schon ein bisschen gesprochen, weil ich will ja auch vorher ein bisschen die Leute kennenlernen, um vielleicht auch gezielt Fragen stellen zu können, ähm, du bist einfach der Kumpel, äh, von Maritons und wahrscheinlich kann ich mir jetzt so vorstellen, ähm, du warst der, der die Geschichte sich anhören durfte als Freund, was dein Freund vorhat im Prinzip, oder dein Kumpel vorhat, äh, kann man das so sagen, so im Prinzip, und, ähm, da wäre ja sowieso der Kumpel, Kumpel bist, bist du natürlich Mitglied in der Community, und ich meine, du bist ja auch ein großartiger Zocker, du hast, äh, mit Toffs ja viel zusammengespielt, der hat das ja auch gesagt, ihr habt ja das Draft-Turnier ja gespielt, und ich nehme mal an, im Draft-Turnier, oder in dem Turnier, was ihr gezockt habt, kommt man nicht als Noob da rein, da sollte man schon mal drauf haben, wa? Also, ich meine, mitmachen konnte jeder. Ja, klar. Äh, aber es wurde halt, äh, 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 was ja auch so das Nice an, an, an Halo-Dach oder B-Sports halt ist. Da kann jeder mitmachen. Ja, das finde ich auch so geil, da kann ja auch wirklich jeder mitmachen, aber, ich meine, äh, wenn ich es noch so höre, wenn Toff so von früher erzählt, das klingt auch so alt, als wäre er so alt, weißt du, äh, von früher erzählt, dann weiß man ja schon, Tones, du, äh, Snooze, glaube ich, war das, ne, äh, Snipe mehr war, glaube ich, noch dabei, hat er gesagt. Ja, stimmt, ja, ja, stimmt. Gaby kenne ich leider nicht, deswegen, aber grüße, Gaby, ich kenne dich leider nicht persönlich, ähm, deswegen finde ich immer die Story so geil, äh, aber du, du hast zumindest, sag ich mal, viel von Marotones wahrscheinlich dir angehört, wie, wie, wie Halo-Dach oder wie B-Spot zu Halo-Dach wurde und wie wahrscheinlich die Werdegänge da sind. Ich meine, Ideen, Pläne wahrscheinlich. Ja. Äh, kann ich dich dann einordnen, dass du sehr viel vom Background einfach wusstest, also, Background meine ich jetzt so, zum Beispiel, wenn Tones jetzt um die Ecke geht, kommt oder irgendeiner, Gabi, vielleicht, ey, lass mal ein Turnier starten, XY mit diesen Gedanken, etc., nehm ich, nehm ich mal an, dass du sowas wahrscheinlich so mitgekriegt hast dann vorher. Also, so Ideen, weißt du, was ich meine, so beim Talken, wenn man so mit dem Kumpel zockt, ey, hör mal, Denise, hör mal, ich hab eine geile Idee, was ich gerne machen möchte, so stelle ich mir das so dann vor, weißt du. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Gein Ding, gein Ding. Ich weiß, also, ich weiß nicht, ob man dann über so Sachen gesprochen hat, aber bestimmt, bestimmt hat Marotones mal irgendwie. Hier und da was erzählt. Ja, klar. Und, ähm, mit Tofts hab ich seit dem Draft-Turnier, wir haben's halt, äh, direkt gut verstanden, äh, danach auch direkt was gemacht. Deswegen hab ich, würd ich schon sagen, dass ich immer mal so nebenbei schon was mitbekommen habe, wenn irgendwie was Neues anstand oder so. Ja, auf jeden Fall. Äh, wollen wir nochmal kurz, ich mach jetzt gerne sowas zwischendurch mal rein, ähm, wegen Halo Dach. Leute, die Halo Dach jetzt, äh, nicht kennen und sich das Interview bis jetzt hier reingezogen haben, besucht gerne Halo Dach. Das ist wirklich ein sehr geiler Ort, äh, für Halo-Enthusiasten. Kann man wirklich mit vielen Leuten zusammenzocken. Die Leute sind gut drauf. Turniere, hat man ja gehört, kann man da mitmachen, ähm, da ist jeder willkommen. Und ich möchte auch jeden an der Stelle bei Halo Dach grüßen, ob Partner, ob Creator, Friends, wie auch immer Mods. Alle machen einen super Job und ich finde, was Discord angeht, und ich bin ja schon in einigen Discord-Server drin gewesen sogar, äh, so eine geile Atmosphäre hab ich echt lange nicht mehr gehabt, wie jetzt so Halo Dach. Und es ist einfach nur passend. Geile Community, geile Leute, wie gesagt auch Mods, etc., Marlon, wie auch immer. Sorry, dass ich jetzt nicht alle namentlich erwähne, aber jeder weiß dann, wenn er sich angesprochen fühlt, was er für einen geilen Job da bei, äh, Halo Dach macht. Sei es auch nur Community, Member. Ey, ich, äh, liebe es Halo Dach und ich bin ehrlich, Halo Dach ist der einzige Server, wo ich die Benachrichtigung drin hab, ne? Also es bimmelt bei mir durchgegend durch. Das ist kein Witz, ne? Das ist bei mir das einzige, was on ist. Jede Benachrichtigung kriege ich mit. Das ist doch mega viel, oder? Ja, ich würde lügen, wenn es nicht ist. Mein Handy-Akku freut sich täglich. Aber, äh, deswegen sage ich, das ist kein Witz. Bei mir klingelt das hier durchgegend durch. Also, äh, muss man eben kurz hier. Hier, ich kann es jetzt zum Beispiel hier schon wieder zeigen. Hier ist eine Benachrichtigung auch wieder, ja? Also ich hab's dauerhaft an. Deswegen, weil mich das interessiert. So, und, weil die Community einfach geil ist. Und deswegen, ich hab sonst andere Discord-Server sind bei mir aus. Nicht mal mein eigener, ist on. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Ich guck da immer selber rein. Ähm, ja, nur mal so ein kleiner Shoutout. Wirklich besuchen. Ist echt cool. Und ich find, wie gesagt, äh, Story auch so geil. Ich bin kacke in Englisch. Wer weiß, ob das grad richtig war. Aber egal. Hey, Peinlichkeit gehört bei mir an der obersten Stelle. Ähm, so. So, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Ähm, du hast Halo Dach mitgekriegt und alles. Wie gesagt, B-Spot zu Halo Dach. Ähm, wo... Wie bist du jetzt da reingerutscht? Also im Prinzip, also wo ist jetzt dein Status bei Halo Dach? Ähm, beziehungsweise, ähm, würdest du dir einen wünschen? Hast du einen Wunsch? Hast du mal einen Status vielleicht in irgendeiner Form gehabt? Früher, zu, ähm, also vor Malons Zeiten. Also Malon ist ja jetzt der, der... Ja, der Kopf. Der Kopf, genau. Oder halt nur das Auslängeschild so ein bisschen. Genau, zu Recht auch. Wie gesagt, Grüße, äh, Bruder. Äh, immer noch geile Reaction, was du gemacht hast. Äh, der weiß schon, was er, äh, was ich meine. Ich finde, sein Lach immer so ansteckend dabei. Ähm, wir wissen ja, oder ich, das wurde ja erwähnt, es gab ja auch ein, wie nennt man das, Staffelübergabe. Also hier ist so eine Staffelsübergabe. Ich bin auch kacke in Sport, merke ich gerade. Ähm, Staffellauf, ne? Da gibt's ja diese Stabübergaben. Ähm, ich weiß schon, was du meinst. Danke. Ähm, das hat ja jetzt Malon. Und es gab's ja vor Malon ne Zeit. Also, ähm, nur einzuordnen. Also Malon ist nicht derjenige, der Halo-Dach von Anfang an übernommen hat. Deswegen finde ich die Chronologie gerade so interessant. Also Malon wird auch irgendwann mal hoffentlich hier landen. Freue ich mich jetzt schon. Ähm, auf jeden Fall. Wo warst du da jetzt? Im Prinzip hattest du, wie gesagt, einen Status? Warst du vielleicht irgendwie ein Mod? Äh, ähm. Erzähl mal. Also, ich denke mal, Marathons wollte dich wahrscheinlich irgendwo einbinden. Also, ich glaube, bei Marathons im, ich weiß nicht, ob ich Kompetenz habe, aber bei Marathons auf dem Channel war ich halt ein Mod. Also, Twitch-Chat. Mhm. Ähm. Wahrscheinlich heute noch auch noch, nehm ich mal an. Ich meine, es ist jetzt nicht so aktiv wie früher, aber. Ja, das streamt ja da nicht mehr so viel. Soll er mal wieder machen. Ähm. Ja, bin ich noch. Ähm. Aber auf dem Channel war ich jetzt nicht Mod, aber das liegt nicht an, nicht an, äh, jetzt Cedric und Co, sondern es lag halt eher an mir, dass ich mich eher so ein bisschen raushalten wollte. Oder ich hab mich halt eher so als Community-Member gesehen und auch mit dem Content-Creator-Ding hab ich mich nicht so als, ja, weiß ich nicht, nicht so als wichtig genommen irgendwie und dann. Ging ja jetzt auch nicht darum. Nee, nee, aber einfach generell. Ich hab's, ich hab's jetzt nicht so, äh, ich hab mich jetzt nicht irgendwie in der Rolle gesehen, dass ich da irgendwie aktiv werden will. Mhm. Deswegen war ich einfach Community-Member. That's it eigentlich. Also, ich war jetzt kein Mod oder irgendwie sowas. Okay, okay. Nö, ist aber auch, auch, auch cool mal zu hören, zu, 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 zu wissen. Ich war nur Community-Member, ne, ähm. Weil man kennt ja eigentlich das, das, ähm, man kennt ja eigentlich das im Alltag, wenn man jetzt einen besten Kumpel hat oder sowas, dann bindet man ihn gerne in seinen Projekten ja mit ein, ne, ähm. Wie wenn ich jetzt machen würde, wenn ich jetzt irgendwas Großes hätte, hätte ich jetzt meinen besten Kumpel in Bolle, mit dem ich ja jahrelang YouTube-Videos gemacht habe zusammen, Halo, hätte ich gesagt, ey, Bolle, hättest du Bock, irgendwas zu machen? Ähm. Hätte er auch wahrscheinlich dann ja gesagt und dann hätte ich ihm irgendeine Aufgabe gegeben, wo ich ihn sehe. Deswegen finde ich das bei dir cool, dass du dann sagst, du hör mal, ähm, ach, weißt was, lass mich einfach mal Member sein, ähm. Ähm, weil man vielleicht auch, ich sag mal jetzt so, nicht, dass du das so bist, aber ich kann, wenn ich das jetzt auf mich projektiere, ach, ich hab schon auch eine faule Ader. Weißt du so, so, ha, ha, also ich mein jetzt, jetzt zu sehen, weißt du, ich hab Kinder, ich hab sonstiges, ich will auch mein, ähm, ähm, mein Hobby machen, ähm, jetzt noch eine Aufgabe, ähm, noch zusätzlich, weiß ich, irgendwas wird dann schleifen. Da mach ich das einfach nicht auf die Kette. Ja. Ähm, ja, aber es ist, ist cool, also, ähm, wie ist das heute? Hast du jetzt irgendeinen so einen Wunsch, äh, mit Halo Dach, also, ähm, sagen wir mal, also, irgendwas vielleicht zu erreichen? Also, was, was erhoffst du dir zum Beispiel von der Halo Dach? Ähm. Ähm. Leidt. Ja, also, im Prinzip, du bist ja jetzt bei Halo Dach, du machst jetzt deine Content da, ne? Ja. Ähm, ja. Es ist ja auch nichts Verwerfliches, wenn man sagt, ja, guck mal, ich bin jetzt bei Halo Dach und möchte gerne damit irgendwie, äh, Reichweite, Community aufbauen. Ist ja nichts Verwerfliches. Ähm. Es sollte auch gesund sein. Aber es kann auch sein, dass du sagst, ey, du machst das jetzt genauso wie ich. Ich sag's auch ehrlich, und das haben wir auch davor gesagt, jeder, der da ist und besser ist als ich, ja, und das sind nicht gerade wenige, die besser sind als ich, also ich bin einer, der Ausnahmen, die nicht gut sind, sollen geguckt werden. So, und ich möchte gerne nur ein Teil sein in dieser tollen, äh, wirklich in dieser tollen Community, eine, der Videos da produziert. Wo man sich immer, immer so ein bisschen, weißt du, zum Beispiel bei dir, jetzt hat man Bock, ey, neue Map ist da. Wo kann ich Maps gucken? Oh, ich weiß, Denizy macht gut, macht gute Videos dazu. Ähm. Weißt du, wie ich das meine? So, ich wünsche mir so ein Netz. So, das ist mein, mein, mein Traum, so ein Gedanke, was Halo Dach ausmacht. Du hast so ein Netz, weißt du? Du gehst zu Unterhaltung. Da gehst du zu Marlon. Du gehst, vielleicht, wenn ich dich jetzt einbinde. Du gehst zu, ähm, Toriel, du gehst, äh, gut, Unterhaltung machen ja, machen ja viele und Unterhaltung ist ja in ähnlicher Form, das muss man ja für sich entwickeln, genauso wie ich, ich bin, ich, ich darf das Wort nicht sagen, aber ich bin so eine kleine, kleine Halo, B-I-T, weiter will ich nicht aussprechen. Ich will damit sagen, Unterhaltung bei mir zum Beispiel, ich gehe gerne zu Marlon, ich gehe gerne zu Toffs, ich gehe gerne zu Tones. Ich gehe auch gerne zu Schmeig, ja, ähm, deswegen, das finde ich so schön. Hast du da auch irgendeinen so einen Wunsch, so, wenn du das jetzt so hochlädst, dass du so ein Teil bist, wo du sagst, yo, Halo Deutschland soll, oder Halo deutschsprachig soll wachsen und ich hoffe, ich kann damit was tragen und dafür ist Halo Dach gut, weißt du? Es muss ja nicht, äh, muss ja nicht für sich selber sein, kann ja auch sein mit dem Aspekt. Ähm, ich muss die Frage nur ein bisschen erläutern, weil ich habe gemerkt, beim letzten Mal, da gehört noch mehr dazu, deswegen, sorry, falls es so lange wird. Ne, ist schon, schon gut so. Ähm, ein Ziel, oder ist ja eigentlich die Frage, was für ein Ziel? Genau, genau, also. Ja, oder? Jetzt muss ich gerade überlegen. Ja. Ne, also, was ich mir so wünsche, ist, also erstmal vielleicht für mich selber, äh, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, meinen Platz so finde, aber an sich, die Intention war ja, ich hatte vorher nie eine Intention, Content-Creator zu sein und jetzt ist halt meine Intention. Jetzt bin ich einer. Ja gut, ab einem bestimmten Punkt habe ich gesagt, ich würde gerne. Ja, ja, ja. Ähm, da vielleicht ein kurzes Shoutout an Noplex, mit dem, äh, mache ich jetzt zusammen die Videos, der. Genau, Grüße. Äh, Grüße, der schneidet die. Mhm. Ich könnte auch schneiden, aber er schneidet halt insane viel besser. Mhm. Ähm, und wir machen die halt zusammen. Und ich würde mir wünschen, dass ich mich vielleicht ein bisschen mehr in diese Nische, weil es ist ja wirklich eine Nische, was ich mache, dass ich mich da so festsetzen kann, also Educational-Content, Leuten was beibringen, besonders im deutschsprachigen Bereich. Genau, das ist, das ist gut. Weil da gibt's jetzt nicht so insane viel. Ähm, da würde ich gerne mehr machen. Das ist gut. Ähm, ich bin offen für ganz viele Vorschläge. Also ich, ähm, bin jetzt auch kein, kein schlechter Spieler. Also ich bin so mit- bis-High-Onix-Spieler. Also ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann mal vielleicht Halo-Tipps zu machen. Mhm. Äh, irgendwelche Strats, irgendwelche Map-Analysen vielleicht. Äh, vielleicht mithilfe von noch besseren Spielern oder so. Mhm. Aber, ähm, mein Ziel oder mein Wunsch ist es, glaube ich, einfach so ein Content-Creator zu sein, der, was, hört sich jetzt ein bisschen kitschig an, aber einfach so was für die Community macht, so ein bisschen was zurückgibt irgendwie. Das ist nichts Verwerfliches. Also, ähm. Ja. Ich weiß, man tut sich immer so schwer, wenn man sagt, man hat so ein Ziel mit irgendwas zu erreichen, weil man das vielleicht, äh, als negativ betrachtet wird im Außen, ne, ähm, was ich mal so ein bisschen, ein bisschen schade finde. Ähm, ich vergleiche unsere Jobs, und ich sag bewusst Jobs, also wir als Creator, ob wir damit Geld verdienen oder nicht, das ist in dem Fall, ähm, ist das nicht der Punkt. Aber ich vergleiche es trotzdem wie jemand, der eine Firma gründet. Jemand gründet eine Firma mit der Intention, in irgendeiner Form Fuß zu fassen in diese Wirtschaft, sag ich jetzt mal. Ne, ne, wenn du einen Job, wenn du, oder wenn du dich selbstständig machst, gehst du ja auch mit dem Ziel, du willst damit, klar, jetzt gehen wir jetzt ein bisschen höher, du willst damit natürlich selbstständig sein, du willst damit Geld verdienen, du willst davon leben können, aber du willst ja, dass deine Marke, die du ja machst, oder deinen Job, den du ja machst, irgendwo Fuß fasst. Sei es in deinem Ort, ist egal, ob das ein 5000-Personendorf ist, dass man halt dich kennt. Auch wenn nur dann von 5000 nur 50 vorbeikommen. Weißt du, was ich meine? Ach, da, ja, darf ich da nochmal einhaken? Gerne. Ich würde mich, das meine ich, ist vielleicht ein bisschen der kitschige Teil, so. Ja. Ähm, ich würde mich und vielleicht auch Noplex da ein bisschen rausnehmen, wir, das ist nicht mein oder unser Ziel, so unbedingt Reichweite aufzubauen. Nein, nein. Natürlich ist das schön, aber jetzt vorerst wollen wir halt erstmal, oder ich, Content machen für halt den, für den Dach-Discord. Das ist, das meine ich ja. Das muss man jetzt so sehen. Weil ich finde es ja nämlich cool, du hast eine Nische, ähm, wo, wo vielleicht Leute, würde ich jetzt, würde ich jetzt behaupten, wenn man Maps-Analysen oder sowas sucht. Ich wette, wenn ich das suche, finde ich, bin ich englischsprachige. Wette ich mit dir. Auf jeden Fall, ja. Ich, ähm, brauche mal nicht schönzureden. Bin ich. So, deswegen finde ich das ja nice, wenn deutschsprachige Raum kommen und dafür finde ich Halo Dach gut und ich finde, man kann ja auch sagen, ja, wenn ich, wenn ich jetzt im Team von Halo Dach bin, ist es doch geil, wenn Halo Dach, äh, wenn ich was Positives aus Halo Dach ziehe. Zum Beispiel, du veröffentlichst deine Videos und es gibt genug Deutsche, deutschsprachige, die keinen Bock auf Englisch haben und das darf man ja auch mal so sagen. Dazu gehöre ich auch. Ich möchte gerne, ähm, nicht auf Krampf versuchen, irgendwas zu verstehen. Ja, oder halt, es gibt Wörter, wo, ich, ich meine, es gibt auch Wörter, die man vielleicht nicht sofort versteht und dann muss man die googeln oder weiß der Geier was, ne. Oder du hast, je nachdem, woher die herkommen, aus Amerika oder England, dann spielt ein Akzent eine Rolle. So, ähm, deswegen finde ich es ja auch so geil und man darf ja auch sagen, ey, jeder, der Videos produziert, auch wenn es nur Friends sind, jede Nische, die da kommt, finde ich geil und dafür ist ja Halo Dach auch nice. Ey, wir haben einen Raum hier, der soll genutzt werden, im deutschsprachigen Raum und ich finde, es fruchtet, wenn ich so sehe, wie viele Leute reinkommen. Interaktionen, ey, wenn ich jedes Mal lese, dass Leute schreiben, ey, lass mal heute zusammenzocken, ey, es bilden sich Teams. So weit soll ich mein. Deswegen finde ich es cool. Deswegen finde ich auch nice, dass du ankommst und sagst, oder ihr beide jetzt in dem Fall, äh, Maps, Analysen. So. Und das Geile, lass mich das noch kurz sagen. Ja, klar. Ähm, das Geile ist ja auch, dass man bei YouTube, ähm, ich kann einstellen, dass Leute, die nicht aus Deutschland sind, dass die eine englische Beschreibung angezeigt bekommen. Oh, das ist geil. Und ich mach, ich, genau, das heißt, ich, für alle anderen hab ich, hab ich einen englischen Titel reingemacht. Mhm. Und ich hab, äh, jetzt andersrum, für alle, die kein Deutsch können, hab ich englische Untertitel da reingeschrieben. Das heißt, das ist neu. Können sogar englischsprachige sich halt angucken, ne? Das ist, das ist pfiffig, das ist pfiffig. Nur halt, nur halt für die Deutschen ist das Erlebnis halt ein bisschen besser. Also wie gesagt, ich find's, ich find's nice und ich finde, da kann man auch ruhig sagen, das ist das Schöne, äh, wenn man als Community Halo Dach soweit geschafft hat und die Leute dahinter, die das führen, die Arbeit reinstecken, ihre Freizeit reinstecken, äh, stecken für Halo Dach, dass sie geschafft haben, dass das, das ist nur Oase für, für uns Halo Fans ist, einfach nur. Also hier, die Deutsch sprechen, ne? Ja. Äh, wo man sich dann halt sagen kann, ich geh mal links, ich geh mal rechts, ich guck mir da an den Creator oder den Kollegen. Deswegen, ähm, und wegen Maps-Analysen muss ich dazu reinschmeißen. Ich find's immer geil, wenn da so Storys kommen. Also ich finde, bei Halo 2 war das stark. Du hast eine neue Map gesehen und das hat schon eine Story erzählt, weißt du? So flatt dahinter oder wie auch immer. Deswegen, ich find's nice, wenn du irgendwann mal in die Richtung gehst. Bruder, ich bin auch dabei. Geschichte ist bei mir ganz oben. So, ähm, hast du, ähm, ich würde aber jetzt mal fragen, ähm, vielleicht kann man's rausnehmen. Also wo du dich in fünf Jahren siehst, in dieser Creator-Szene, kann man schlecht sagen, weil du sagtest der schon, du versuchst ja Fuß zu fassen, dich selbst zu finden. Ich denke mal selber, du gehst in eine gute Richtung, dass du, ähm, was Nischiges nimmst. Wie gesagt, diese Map-Analysen, wie man jumpt oder wie auch immer, die Map einfach ausnutzt für sich selber. Ähm, deswegen kann man wahrscheinlich Frage 9, sag ich mal, jetzt schwer beantworten. Deswegen würde ich das dann auslassen, außer du hast was. Ähm. Puh, ähm, ich hab schon was, also... Achso, okay, okay. Kann man was in die Finger anziehen, ja. Okay, nee, dann erzähl, wenn du, wenn du hast, wo du liegst... Ja, jetzt nicht viel, aber... Oh, du rauschst gerade? Ja. Immer noch? Jetzt nicht mehr, nein. Was zum Teufel? Okay. Ähm, hey, einfach, ich würde sagen, einfach auf demselben Pfad, würde ich sagen, nur halt einfach als, ich hoffe, dass ich dann meine Nische gefunden habe, ob das, äh, weiß ich nicht. Ich hab ja auch noch, ich hab, ich hab noch ganz andere Interessen. Ich hab zum Beispiel, äh, ich find Montageschneiden relativ interessant. Ja, das finde ich bei Top so geil. Ja, vielleicht auf, vielleicht wirklich mal auf dem Level, wie er das halt macht. Ja, ja. Vielleicht ist es das irgendwann, ich weiß es nicht. Aber halt irgendwie, irgendwas in dem Bereich einfach wäre cool. Würde sich, glaube ich, auch gut anbieten mit deinem, ähm, ähm, weißt du, wenn man so, äh, die... So stelle ich mir das gerade so schon vor, du zeigst eine Map, du zeigst die Vorteile und dann blendest du ein, wie das dann in der Realität im Kampf aussieht. Also ich mein, so eine Verbindung wäre vielleicht sogar geil. Also ich kann deinen Gedanken mit Montagesch wirklich echt gut nachvollziehen. Ähm, oder ich kann mir aber auch andere Sachen vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, mal irgendwie, äh, Community-Events zu organisieren oder whatever. Warum nicht? Also, ja, warum nicht? Ganz ehrlich. Ja, also ausprobieren finde ich, finde ich gut. Gut, wie gesagt, diese Montage, das, das sehe ich jetzt gerade, ich habe so im Auge, wie du, was weiß ich, vielleicht so ein Nate-Jump zeigst mit ne, mit ne, mit ne Map, wie man was Vorteil ausnutzen kann und dann, was weiß ich, im Multiplayer, gut, das ist natürlich immer Glückssache, müsstest du wahrscheinlich zehn Runden spielen, aber du weißt, worauf ich hinaus will, letzten Endes. Ähm, ja, das, ja. Finde ich, finde ich gut. Ähm, wichtigste Frage, und da ist, passt ja, weil Halo, also beziehungsweise 3,4,3 Industries ja nicht mehr gibt, da gibt ja jetzt die Halo Studios. Ähm, ja. Kommt ja eventuell vielleicht mal ein Halo 7, was jetzt aktuell nicht so gerade so aussieht im Zeitpunkt des Videos hier des Interviews, ähm, aber, da du ja, ähm, alles ja durch hattest, so, und du alle Finessen kennst, wie soll Halo 7 für dich aussehen, was darf zum Beispiel nicht passieren in Halo 7 und, oder, was denkst du, was unbedingt rein muss, ist, dass, dass, dass wenigstens mal ein Halo kommt, was wirklich jetzt super ist. Ich meine, Infinite war schon die richtige Richtung, die haben natürlich, ähm, Marketing-mäßig, dann, ähm, Management-mäßig, sag ich mal, intern verkackt. Ähm. Kann man so sagen, ja. Die Richtung war, aber, also, ich meine, das, was Halo Infinite ist, Halo Infinite hat schon einen guten Grundgesetz, es ist schon gut. Kampagne und Multiplayer, das haben wir ja lange nicht mehr gehabt. Aber, was fehlt da noch bei Halo 7, so, weißt du, was ich meine, so, wenn kein Remake mal rauskommt? Ähm, also, für mich persönlich jetzt? Ja, ja, für dich persönlich, es geht nicht darum, dass du recht hast oder nicht, sondern es geht nur für dich persönlich. Heute bist du, es geht um dich, also, dein Geschmack. Ich will's nicht schmälern oder sonstiges. Also, wenn's mein Geschmack wäre, würd ich sagen, bringt Halo 5 einfach nochmal raus. Aber kannst du's dann irgendwie vielleicht begründen, also, ähm. Naja, das ist, das ist jetzt eher als Witz gemeint. Also, okay, okay. Ich dachte, du meinst, das ist ein Problem. Nein, nein, nein. Das wird, wird ja leider keiner spielen. Wenn sie da einen FOVs leider, also eine höhere FOV und so einstellen, können's vielleicht ein paar Leute spielen, aber zu wenig. Mhm. Ähm, aber nee, ich glaube, was bei einem perfekten Spiel halt richtig laufen müsste, sind einfach ganz viele Sachen drumherum. Die müssen halt als Studio eine ganz andere Policy fahren, glaub ich. Ganz andere Leute, vielleicht mit Unreal Engine wird's jetzt was irgendwie. Ähm, ja. Und dann halt sich auf die Sachen konzentrieren, die die Community will. Mhm. Das heißt, ähm, das sind halt teilweise Sachen, die sind für mich persönlich gar nicht interessant, aber die, finde ich, gehören einfach dazu. Ganz viele Social Modes, es gibt ganz viele kleine Communities, es gibt Griffball Community, Infection, BTB, ähm, Kampagne. Das muss einfach perfekt sein. Oder es muss halt diesen Halo-Charme haben. Mhm. Ähm, es muss einen Ingame-Chat geben, es muss einen Lobby-Chat geben, also wo man halt sprechen kann mit den Leuten. Mhm. Wo die sich auch mal gut beleidigen können. Ich bin jetzt kein Fan davon, aber das gehört einfach dazu irgendwie. Ja, gut, das sind Beleidigungen. Ich, ich, ich versteh dich, ich versteh dich, aber... Trash-Talk, Trash-Talk meine ich. Ich mein Trash-Talk. Nein, 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 ich, ich versteh's, ich versteh's um Gottes Willen, aber, ähm, die, die gehen ja jetzt schon bei, bei T, ähm, bei Schott, ich will es jetzt nicht aussprechen, beim Tieren, ne, gehen die ja schon manchmal hart vor. Du darfst ja nicht mehr, darfst ja nicht mehr einen Feind, äh, mal eben kurz, äh, über die, über die Leiche bücken. Ähm. Ach so, das meinst du? Ja. Ja. Ist das wirklich so? Also, ich hab's nur mal gelesen. Ich weiß es nicht. Ich, äh, bin mir relativ sicher, dass das nicht so ist, weil so oft, wie das Leute bei mir machen, äh, weiß ich ja nicht. Bei, bei 343, ehemals 343, also, ja, ich kann ja jetzt von den Halo Studios ja nicht reden, aber 343 war ja bekannt, oder es war ja schon bei Bungie schon so, also ich, es klingt ja immer so, dass nur 343 immer alles falsch gemacht hat, aber nein, Bungie waren da nicht, nicht allzu immer besser, äh, das, viele Reden war immer da. Ähm, bei 343 verstärkt, um zu sagen, aber gut, das waren auch andere Zeiten zu Bungie, ähm, aber bei 343 gerade in den letzten, wir haben 2024, letzten zehn Jahren, ähm, war sehr viel mit Reden da, weil die sich einfach nicht splitten konnten. So, das wären wahrscheinlich... Ja, auch sehr viel, auch sehr viele falsche Versprechungen. Ja, äh, also ich hab's auf... Faktoren. Ich hab's nicht verfolgt. Ja, Faktoren halt, ne, weil ich denke mal, das ist, äh, Xbox spielt wahrscheinlich eine große Rolle, ähm, die haben wahrscheinlich nicht die Ressourcen, sich auf zwei Games gleichzeitig, äh, ja, Content zu bringen, ähm, wie gesagt, zum MCC erwähne ich, glaube ich, zum x-ten Mal, aber MCC ist das beste Beispiel einfach nur, äh, sollte ja bis Season 10 gehen, Season 8 Feierabend, ne, ähm, daher, also, das hat man auch schon zu Halo 4, zu Halo 5 gesehen, Halo 4, gut, Multiplayer war ich enttäuscht, hab da, hab da nicht so viele Stunden reingebuttert, aber, äh, du hast gemerkt, Halo 5 kommt raus, Halo 4 ist tot, so, äh, Halo Infinite kommt raus, Halo 5 ist tot, oder beziehungsweise MCC hat... Das war schon vorher tot. Ja, aber MCC hat das Reboot bekommen 2018, so, also das Riesenupdate, wo die dann, so angefangen haben, dann fing schon Halo 5 an zu sterben. Ja, ja. Vielleicht fingst du schon vorher an zu sterben, aber du hast das Sterben dann mitgekriegt, einfach nur. So, und dann, äh, wo er jetzt Richtung Halo Infinite ging, hast du schon bei MCC gemerkt, Digga, die, die packen das nicht. Das ist, die können nicht zweigleisig fahren. So, und, ähm, deswegen weiß ich nicht, was das Zauberformel bei Activision COD ist, aber, ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, so bei, wie bei COD. Content. Content einfach, ähm, mit der Zeit gehen, weil das war ja schon, du musstest voll schon zu Bungie-Zeiten, weil da schon veraltet, wie die Content rausgebracht haben. Da war schon veraltert. Und die haben das von 2000, lass mich lügen, vielleicht schon 2009, das ist aber jetzt Bauchgefühl, ich glaub, bei Reach war's aber extremer, so 2011, 12, haben die durchgehend weitergezogen, hab ich gedacht, Digga, geht mit der Zeit. Ja, ich glaube, das ist, das beschreibt halt einfach das Problem bei denen, dass die Leute in Positionen sitzen haben, denen das Spiel und das Franchise nicht ganz so wichtig ist. Mhm. Wenn man sich so ein bisschen die Analysen dazu anguckt, ähm, was jetzt in Halo Infinite falsch gelaufen ist, dann hat das halt viel mit Kommunikation intern zu tun und einfach, wer sitzt in diesen Positionen? Und das wäre, Halo Infinite wäre wahrscheinlich ein gutes Spiel geworden, wenn die in den wichtigen Positionen gute Leute gehabt hätten. Mhm. Und wenn sie halt, keine Ahnung, nicht Zeitleute, äh, in der Zeitarbeit gehabt hätten, nur für ein paar Monate. Ja, 18 Monate waren es ja. Irgendwie sowas. Ja. Und wenn sie vielleicht auch bei der eigenen Engine, äh, die wollten ja unbedingt eigene Engine machen. Naja. Ich weiß nicht, wer da was falsch gemacht hat, aber die, die muss halt echt schlecht gecodet sein, so von dem, was man hört. Ja, also, soweit ich weiß, äh, war ja, ähm, ist ja die Bungie Engine, die damals auch benutzt worden ist zu Halo-Zeiten, war ja auch eigentlich eine Engine, die nur die intern ja gut kannten. Ja. Und, ähm, das haben die ja bei, bei der Slipspace Engine ja weitergeführt. Ähm, deswegen. Ja, die ist halt nicht gut, leider. Ja. Also, die hat sehr viele Schwachstellen. Es ist schwierig, eigene Engines auf den Markt zu bringen. Ich meine, vergleiche das auch mit anderen Studios. Das hat ja Konami, beziehungsweise zu, zu Hideo Kojima-Zeiten, wo er bei Konami war, hat er die Foxta-Engine ja rausgebracht. So, und, das, das, das kannte nur sein Team. So, er ist weg, äh, die Foxta-Engine ist gefloppt. Die war zuletzt noch bei Pro Evolution Soccer, wo sie sie benutzt. Ja. Und das war's. So, deswegen finde ich das immer so schwierig, lieber bei einer Engine nehmen, wo du einen vielleicht aus dem Studium, frisch gebacken, wie auch immer. Nehmen kannst, so, bastel mal in das Game. Was macht, was soll, was ist das? Ja, Halo, schießen, Ballerei, alles klar. Ich weiß, wie eine Figur zu laufen hat. Weißt du? Ja. So, linkes Bein, linkes Bein. Und nicht, vielleicht wie eine andere Engine, okay, um das linke Bein zu bewegen, musst du aber mit der rechten Hand denken. So, ich hoffe, man versteht, worauf ich jetzt hinaus will. Ja, 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 ja. Ähm, deswegen, ich find's gut, dass sie sagten jetzt, okay, wir nehmen die Unreal Engine, ja, damit kann man, damit kann man arbeiten. Man hat ja auch gesehen in den Szenen, ähm, dass es gut aussieht mit der Unreal Engine 5. Ähm, ja. Ja, und bin gespannt, ähm, wie das dann wird. Ja, wir haben jetzt auch eine gute Stunde hier durch, ähm, unser Interview. Ähm, falls du noch was zu sagen hast, gerne raus damit, ähm, deine letzten Worte, sonst würde ich danach sprechen. Ähm, ja, einfach Shoutout an alle Leute, an alle, die mich so kennen. Ähm, Shoutout an Marathons, Toft, Snowplex, ähm, und einfach an alle, die ich, mit denen ich bis jetzt so gezockt hab, äh, und, keine Ahnung, Shoutout an die deutsche Halo-Community, also ich finde, man müsste da, also ich finde es jetzt auch momentan relativ nice, wir machen ja diese, oder ich jetzt grad nicht, aber es gibt halt viele Leute, die so Aids-Lobbys zocken, also, ähm, vier gegen vier halt, random. Finde ich nice. Ähm, gibt's ja in dem, in dem Discord, ähm, und da sind so viele nice Leute, die Leute dabei, äh, ich hoffe, das läuft auf jeden Fall noch ein bisschen weiter, und ich finde, das... Ich hoffe, ich hoffe, dass ich jetzt mal, also, die Liga läuft ja jetzt bald an, aber dass ich sonst noch irgendwie in der Community, dass noch irgendwas Nices entsteht, also... Ist ein gut, ist ein, ist ein, ist ein, ist ein guter Weg, also, würde ich sagen. Das ist wirklich ein sehr guter Weg. Ja, weiß ich nicht, wenn die mit, wenn die mit Halo so weitermachen... Ja, dann, äh, zocken wir alle Fortnite. Äh, äh, heißt ja nicht mal Halo Duster, sondern Fortnite Dach. Äh, äh, nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite. Aber irgendwas muss so sein. Ja, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, für das Interview. Danke für die Einladung. Gerne, gerne, ähm, deswegen, ich finde es auch interessant, aus deiner Perspektive, das zu hören, weil du ja, ähm, mit den Gründer, Täter, Frauen, Mütter, wie auch immer, um Gabi auch natürlich mit einzuordnen, um Gottes Willen. Ähm, du, du hast einfach halt die, äh, im Background die Storys mitbekommen und bist ja dadurch, dass du mit Marathons ja gut befreundet bist, hast es ja auch aus einer, aus einer freundschaftlichen Perspektive ja mitgekriegt. Und, äh, deswegen finde ich es ja auch so schön, das mal so ein bisschen, sowas zu hören. Also, auch nicht so einen aktiven Teil, sondern auch immer so vom Außenstehenden, so, wie, wie hab ich das als bester Kumpel empfunden und wie hab ich das dann als Community-Mitglied gesehen, wie das aufgebaut ist. Deswegen, äh, finde ich nice, äh, dass du dich bereit erklärt hast. Ähm, danke dir dafür. Auf jeden Fall, Denizy, wie gesagt, besuchen. Ich find's nice mit den, mit den Maps, um, äh, einen, einen Deutschen zu haben. Du bist ja, bist ja nicht alleine, bist du mit Snowplex zusammen, wenn ich das. Sorry, falls ich den Namen aus... Also, nee, ist, nee, ist richtig. Ja, ich bin, also, wir, wir machen jetzt gerade diese Art, diese Videoserie einfach zusammen. Genau, deswegen, ich find's ja auch cool, dass man so Maps vorstellt. Wie gesagt, ich find's von, von Halo früher so geil, wenn die Maps gezeigt haben. Das hat so eine, so eine kleine Story für sich erzählt, ne, das hast du jetzt zwar im Kopf irgendwo, aber du siehst Sachen und du kennst durch die Figuren die Story, die dahinter wahrscheinlich geschrieben wird, oder steht. Ja, also, das machen wir jetzt nicht. Nein, nein, ich find's, ich sag ja, für mich, ich find's geil und dann krieg ich noch jemanden mit. Achso. Ähm, ey, cool, da gibt's einen, der zeigt sogar die Map und wie du dann die Map wirklich dann ausnutzt, ne. Also, wie gesagt, ich bin da reingerutscht. Wo es nutzt. Muss man auch sagen, du nutzt ja die Map ja für dich ja, für deine Skills ja aus und das find ich ja nice. So, wenn jemanden, der da reinkommt und dann nur die Basic zockt, sorry, im Basic-Typen kannst du immer killen, weil seine Schätze siehst du ja voraus, würde ich jetzt einfach mal behaupten, für jemanden, der deep in PvP drin ist. Ähm, ja. So, und wenn du dann mit sowas um die Ecke kommst, wo du vielleicht mal einen überrascht oder einer, der gerade pennt in den Gedanken, weil er vielleicht zum zwölften Mal gegen einen Noob spielt und dann auf einmal beim dreizehnten Mal aber dann rasiert wird, wegen solchen Tricks, find ich das wirklich nice. Und man kann sich ja auch selbst entwickeln. Deswegen find ich euer Kanal cool. Gerne, wie gesagt, abchecken in der Videobeschreibung, auf jeden Fall alles zu sehen. Und nochmal, Halo Dach auf jeden Fall besuchen. Die Leute dahinter, alle machen einen guten Job. Ich finde, wir sind echt eine coole Community, trotz dieser kleinen Nische Halo. Ähm, ich hab so ein Gefühl, das ist ein richtiger guter Weg und so kann man das die nächsten Jahre weitermachen. Vor allem mit dem Wachstum, den Halo Dach gerade hat und mit dem neuesten Halo, der vielleicht irgendwann mal kommt, sei es ein Remake, ich denke mal, da wird Halo Dach nochmal schön davon profitieren. Sei es auf YouTube mit dem Namen Halo Dach, auf Twitch, Twitter, wie auch immer die alle heißen. Und, äh, ja. Deswegen hoffe ich, da noch dabei sein zu dürfen und den Werdegang zu beobachten. So. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Genug. Gelabert. War mir eine Freude. Hat Spaß gemacht. Danke, mir auch. Und, ja, mehr habe ich nichts zu sagen. Ich mache jetzt Feierabend oder wir machen Feierabend. Also haut rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 definitiv. Oh ihr. Ja. Two. War, ja. Ein Samuel. Saya. Let. Det. Seite. Vielen Dank.